Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft schmeckt on Tour hier im grünen Herzen Deutschlands in Thüringen. Wir sind in Schmalkalden, das liegt direkt am Thüringer Wald und Sie sehen hinter mir die FIBA Nougat Welt und hier ist der Airstreamer, in dem finden gleich unsere Gespräche statt, aber bevor wir in den Talk gehen, wollen wir uns gemeinsam ein paar Impressionen anschauen von der Nougat Produktion und der Viva Erlebniswelt. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Ja, wir sind jetzt hier im Airstreamer und bei mir ist Corinna Wartenberg. Sie ist die Geschäftsführerin von FIBA Suite seit zwei Jahren, aber war eigentlich schon sehr, sehr lange bei dem Unternehmen, zwischendurch mal woanders. FIBA, 130 Jahre lang gibt es dieses Unternehmen schon, also eine richtige Traditionsmarke hier im Osten von Deutschland. Und bei Ihnen wird Nachhaltigkeit ganz, ganz groß geschrieben. Da fallen mir jetzt direkt nachhaltiger Kakaoanbau ein oder auch das Thema Palmöl. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was sind denn so die übergeordneten Nachhaltigkeitsziele bei FIBA? Also ich würde zunächst mal sagen, wir sind in unserer Nachhaltigkeitsstrategie noch ganz am Anfang. Das sagen wir immer. Wir müssen uns alle bewusst werden, welche Herausforderungen wir haben. Und da sind wir gerade dabei, das für uns wirklich zu identifizieren. Wir sind ein Familienunternehmen, wie Sie gesagt haben, mit ganz langer Tradition. Und wir haben für uns eigentlich drei große Bereiche identifiziert, die für uns wichtig sind. Das ist Umwelt, Soziales und Qualität. Qualität deswegen auch im Bereich der Nachhaltigkeit wichtig, weil es ja am Ende auch immer wichtig ist, die Produkte und unsere Leistungen, die wir anbieten, so anzubieten und zu gestalten, dass sie auch nachhaltig existieren können und sich am Markt behaupten, dass sie unsere Konsumenten einfach lange überzeugen, dass wir darauf achten, dass die Produkte gut geschützt sind oder langlebig in ihren Verpackungen sind. Dieser Qualitätsgedanke, der zieht sich auch in der Nachhaltigkeitsstrategie immer wieder durch. Was die Säule Soziales angeht, da haben wir einerseits das soziale Engagement als Unternehmen hier vor Ort, was uns wichtig ist, weil wir glauben, das ist einfach wichtig, um Menschen auch dann wieder für andere Themen begeistern zu können. Und andererseits natürlich die sozialen Standards in den Lieferketten, die es, Sie haben es gerade schon angesprochen, näher zu beleuchten gibt. Und im Bereich Umwelt geht es uns vorrangig um ressourcenschonende Verarbeitung, um Themen wie CO2 oder andere Bereiche, wo wir einfach anders denken und handeln können, um langfristig für unseren Planeten auch noch etwas Gutes zu tun. Was sind denn so die Meilensteine, die Sie schon erreicht haben? Oder wo würden Sie sagen, da müssen wir noch mehr dran arbeiten? Ich glaube, Nachhaltigkeit hört nie auf. Insofern, glaube ich, muss die Antwort immer lauten, wir müssen in ganz vielen Bereichen noch viel weiter arbeiten. Ein großer Meilenstein, den wir uns gesetzt hatten, war 100% zertifizierten Kakao einzusetzen. Das haben wir dieses Jahr erreicht. Wir arbeiten mit Rainforest Alliance einerseits zusammen für unsere Produkte und andererseits aber auch noch mit Herstellerprogrammen, wie zum Beispiel Kakao Trace, wo wir uns vor Ort dann auch ein Bild verschaffen, um zu schauen, was wir denn noch über diese Grundsicherung einer Rainforest Alliance Zertifizierung hinaus tun können. Insofern haben wir da gerade angefangen, aber es war für uns ein großer, wichtiger Meilenstein. Ein weiterer Meilenstein war es, beispielsweise unsere Beutel für die Nougat Minis plastikfrei zu gestalten und auch Papier umzustellen. Und andere Meilensteine haben wir uns im sozialen Bereich gesetzt. Da haben wir mittlerweile fixe Partner gefunden, die wir mit unseren Produkten und Leistungen ganz kontinuierlich unterstützen, um da auch wirklich eine Wirkung zu erzielen. Wenn ich jetzt zum Kakao zurückgehe, Sie haben ja gesagt, 100% zertifiziert, also der gesamte Kakao in der Schokoladenproduktion. Wie kann man das denn eigentlich überprüfen, diese Zertifikate, dass das wirklich stimmt? Das ist eine gute Frage und auch eine der großen Herausforderungen, gerade im Kakaobereich. Wir arbeiten mit Mass Balance. Das muss man sich ja so vorstellen, wie Ökostrom einzukaufen. Das heißt, der Strom, der aus der Steckdose dann wirklich kommt, ist nicht unbedingt zurückverfolgbar bis zu dem Windrad oder dem Solarpanel. Aber wir erhöhen zumindest den Anteil an zertifizierten Kakao in der Gesamtmenge des Kakaos, der eingesetzt wird. Und da liegt aus unserer Sicht tatsächlich der Punkt, Ziel sollte es sein, insgesamt den Standard einfach anzuheben in Lieferketten wie Kakao. Und gemeinsam, und da zähle ich nicht nur die Kakaoerzeuger oder die verarbeitende Industrie dazu, sondern dazu gehören auch Verbraucher, Handel, eigentlich wir alle zusammen, Regierungen vermutlich auch, die Standards anzuheben und die gesamte Lieferkette oder die Bedingungen für die Kakao-Farmer auf ein höheres Level zu heben. Ein Rohstoff, der ja auch immer in der Kritik ist, ist ja Palmöl. Palmöl haben sie ja zum Beispiel in Nougat-Cremes, damit die so schön cremig sind. Also ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich ein ganz toller Rohstoff dann, aber trotzdem hat er ein negatives Image. Was ist das Problem bei Palmöl, so dass Sie zum Beispiel gesagt haben, unsere Nougat-Creme wird jetzt palmölfrei? Palmöl steht deshalb in der Kritik, weil es zu massenhaft verwendet und demzufolge auch angebaut wurde. Das heißt, in Regenwaldgebieten wurde Regenwaldfläche abgeholzt, um Palmöl oder Ölpalmen in großem Stil anzupflanzen und dadurch dann Palmöl zu gewinnen. Auch hier ist es wieder eine Frage der Masse und deswegen sagen auch wir, ja, Palmöl ist ein Rohstoff oder eine Zutat, die in ganz vielen Lebensmitteln ihre Berechtigung hat, weil es auch ein, im Vergleich zu Raps- oder Sonnenblumenöl, weniger flächenintensives Öl ist im Anbau, aber dort, wo man Palmöl nicht braucht und demzufolge vielleicht ein bisschen weniger Regenwald dafür verwenden sollte, da sollte man es ersetzen und genau das ist der Grund, weshalb wir ja fast fünf Jahre lang daran gearbeitet haben, in unsere Nougat-Creme Palmöl zu ersetzen, weil es uns wichtig war. Wir haben gesagt, es muss möglich sein und es muss aber möglich sein, ohne geschmackliche Einbußen zu haben und mittlerweile ersetzen wir Palmöl durch Kakaobutter und Rapsöl und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und kriegen da auch sehr gutes Echo von unseren Kunden. Macht es das Produkt dann nicht vielleicht auch teurer, wenn zwei andere Rohstoffe dann drin sind? Das ist so, ja. In den allermeisten Fällen wird der Ersatz von Palmöl in einem teureren Produkt münden. Und auch die Verarbeitung ist komplexer, denn gerade Kakaobutter kristallisiert nun mal anders als Palmöl. Das heißt, wir mussten auch hier investieren in unseren Verarbeitungsprozess, wir mussten einige Dinge anpassen, um die gleiche Cremigkeit wieder zu erzeugen, wie wir sie von unserer vorherigen Nougat-Creme kannten. Aber umso stolzer sind wir darauf, dass es uns gelungen ist. Mussten Sie den Preis weitergeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher? Haben die das dann mitgetragen? Ja, wir haben den Preis erhöht. Wir sind damit ganz transparent umgegangen, haben erklärt, warum wir jetzt hier preislich auf ein anderes Niveau gehen müssen. Und ja, bis jetzt haben alle Verbraucher tatsächlich das sehr positiv aufgenommen, einfach weil honoriert wird, dass wir uns mit der Thematik auseinandergesetzt haben und aber eben auch transparent damit umgegangen sind. Sehr schön. Sie haben es gerade schon angesprochen, ein wichtiges Thema beim Thema Nachhaltigkeit ist ja auch die Verpackung. Wie schaffen Sie das, dass Sie nachhaltige Verpackungen haben? Beziehungsweise haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, vielleicht anderes als Kunststoff zu finden? Geht das überhaupt bei Schokolade? Das ist auch eine sehr spannende Frage, mit der sich einige Kollegen bei uns im Unternehmen beschäftigen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Plastik- oder Kunststoffverpackungen dort, wo es möglich und sinnvoll ist, zu ersetzen. Beispiel eben die Umverpackung für unsere Nougat Minis. Die hatte vorher ein Sichtfenster aus Kunststoff, das haben wir ersetzt. Und auch die Abzugslänge der Beutel ein bisschen verkürzt, sodass Material eingespart werden kann. In anderen Bereichen, wie beispielsweise die Primärverpackung für Nougat und Schokolade, haben wir bis jetzt noch kein adäquates Alternativmaterial gefunden für unsere PET-Folien oder unsere Aluminium bedampften Folien. Denn auch das gehört ja zur Nachhaltigkeit dazu. Das Produkt soll geschützt und lange haltbar sein. Wir wollen alle keine Lebensmittelverschwendung auf diesem Planeten. Und daher ist zunächst einmal der Produktschutz natürlich sehr wichtig. Wir sind aber dabei, verschiedene Materialien auszuprobieren. Als ersten Zielschritt haben wir uns gesetzt, dass alle Materialien eine sehr hohe Recyclingfähigkeit aufweisen sollen. Recycling ist eine wichtige Lösung. Die Kreislaufwirtschaft kann hier wirklich sehr viel beitragen zu weniger Müll. Und der zweite Schritt, den wir eben nebenher immer wieder testen, auch auf unseren Maschinen, sind eben Alternativmaterialien, wie Papierfolien oder auch kompostierbare Materialien. Bis jetzt hat uns noch keines so richtig überzeugen können, aber wir bleiben dran. Das ist wahrscheinlich bei manchen Materialien auch so, dass Sie auch Geschmack abgeben können dann in die Schokolade. Das will man ja dann auch nicht haben. Sie haben ja auch Gastronomie. Da arbeiten Sie auch mit ReCup zusammen, also mit einem Funsystem. Wie funktioniert das? Wird das gut angenommen? Das wird, so ehrlich muss man sein, in den Städten wird es besser angenommen als im ländlichen Raum. Einfach, weil die Infrastruktur zur Rückgabe besser ist. Wir haben beispielsweise eine Filiale in Berlin, wo wir auch ReCup-Becher verwenden. Da sehen wir, dass die Frequenz zum Austausch höher ist. Wir haben uns aber ganz bewusst dafür entschieden, das wirklich auch an so ländlichen Standorten mit anzubieten. Einfach, um immer die Alternative zu bieten. Denn wir glauben, es ist eine Bewusstseinsfrage der Verbraucher. Und wenn wir es aktiv anbieten, dann können wir dazu beitragen, dass das immer normaler wird und sich immer mehr etabliert. Und sich immer mal durchsetzt. Genau. Anderes Thema, Thema Preise. Ich habe Ende Juli bei der Tagesschau folgende Meldung gelesen. Inflation, Schokolade wird um ein Drittel teurer. Was ist da passiert? Sind das die Rohstoffe? Ist das die Energie? Und wie gehen Sie als Schokoladenhersteller damit um? Es ist tatsächlich vielschichtig. Ja, wir haben enorme Kostensteigerungen im Bereich Schokolade oder Nougat verzeichnen müssen seit dem letzten Jahr. Das letzte Jahr war ohnehin ein sehr turbulentes Jahr mit ausgefallenen Lieferketten oder Preissprüngen, die wir so bei vielen Materialien noch nie gesehen haben. Wenn ich es auf die verschiedenen Bereiche herunterbreche, dann sind es einerseits die Rohstoffe. Kakao aktuell zum Beispiel auf einem 50-Jahres-Hoch. Zucker hat sich verdoppelt innerhalb der letzten 18 Monate. Wir haben außerdem auch im Haselnussbereich zum Beispiel, da verarbeiten wir immer nur die neue Ernte, weil es uns wichtig ist, dass wir dieses Aroma wirklich immer ganz frisch darstellen können. Auch hier wird für die Ernte 2023 aktuell ein Preisanstieg prognostiziert, weil die Kerne etwas kleiner sind als sonst. Es gibt aber auch die anderen Bereiche, wie beispielsweise Energie. Wenn Sie konschieren und auch erhitzen müssen, brauchen Sie natürlich Energie. Und das ist ein offenes Geheimnis, dass wir da natürlich deutliche Kostensteigerungen hatten. Und auch wenn jetzt die Energiepreise im Vergleich zu diesen absoluten Höhenflügen im letzten Jahr etwas nachgegeben haben, sind wir doch immer noch auf einem deutlich höheren Niveau als 2020 zum Beispiel. Logistik, die Mauterhöhung, das ist ein wichtiges Thema. Wir versenden unsere Produkte natürlich mit Kühlspeditionen, damit einfach die Temperaturführung immer gegeben ist. Nicht zuletzt auch Personal. In einem Unternehmen, in unserer Größenordnung, haben wir noch einen hohen Personalkostenanteil, einfach weil wir viel Handarbeit haben, sei es beim Ausdekorieren von Pralinen oder beim Verpacken von Produkten. Und in Zeiten von Fachkräftemangel oder auch stetigen Mindestlohnanpassungen müssen wir natürlich auch im Gesamtunternehmen die Personalkosten entsprechend anpassen. Und das wirkt sich auf die Kalkulation aus. Müssen Sie das weitergeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher? Ja, das können wir leider nicht alles abfedern. Wir versuchen immer, solange es geht, hier ein gewisses Kissen zu schaffen, um einige Schwankungen am Markt ausgleichen zu können. Aber in den letzten anderthalb Jahren waren die Steigerungen tatsächlich so hoch, dass wir das nicht mehr alleine abfedern konnten. Und haben Sie da einen Umsatzrückgang gemerkt? Weil ich könnte mir vorstellen, eine Traditionsmarke hat ja auch viele Stammkunden. Die kennen natürlich ganz genau den Preis, Gelegenheitskäufer jetzt vielleicht nicht so sehr. Wie wurde das dann angenommen? Haben Sie das gemerkt, dass es dann vielleicht weniger gekauft wurde? Wir haben zum Teil eine Verschiebung im Sortiment gemerkt, dass eventuell zu anderen Produktformaten ausgewichen wurde. Insgesamt aber sind wir sehr froh darüber, dass unsere Kunden recht treu sind. Unser Geschmacksbild ist ein ganz besonderes. Und viele der Kunden, das sagen auch unsere Marktstudien, sagen, wenn sie einmal dieses Geschmacksbild gekostet haben und Gefallen daran gefunden haben, dann möchten sie auch nun auch dieses. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar, dass dann unsere Kunden uns auch in solchen Zeiten mitbegleiten. Ich hatte gerade schon die Erlebniswelt angesprochen. Sie haben da ja einen Service-Roboter, den Bella Bott. Dieser Service-Roboter, ist er eine Hilfe? Ersetzt er das Service-Personal? Wie wird er hier eingesetzt? Er soll tatsächlich eine Unterstützung für unser Service-Personal sein. Denn wir haben hier eine große Restaurantfläche, wo wir manchmal bis zu 200 Menschen gleichzeitig bewirten zu Lunch- oder Brunch-Veranstaltungen oder zu großen Events. Und man muss sich vorstellen, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen dauernd Teller und Gläser abräumen müssen, dann ist das natürlich eine Belastung. Und daher wird der Service-Roboter aktuell sehr stark auch dafür eingesetzt, um einfach Geschirr zu transportieren und da das Personal zu entlasten, Laufwege auch zu verkürzen, weil man eben nicht den ganzen Weg in die Küche laufen muss. Und er hat aber auch ganz klar einen Erlebnisfaktor, gerade für Familien mit Kindern, die sich immer wieder freuen, wenn sie Bella über den Kopf streicheln können und sie dann irgendeinen lustigen Spruch von sich gibt. Das kann ich mir wunderbar vorstellen. Ich hoffe, ich komme gleich auch noch in die Gelegenheit, Bella kennenzulernen. Aber apropos Erlebnis, wir machen jetzt nämlich auch was ganz Tolles. Wir gehen jetzt in den praktischen Teil über. Wir werden jetzt nämlich zusammen in die Konfisserie gehen und unsere eigene Nüratstange kreieren. Darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank bis hierhin für das Gespräch. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt hier in der Konfisserie von FIBA, Corinna Wartenberg ist mit mir da und wir sind bei Juliane Heising, sie ist die Chefkonfisseurin bei FIBA und wird uns jetzt erklären, was wir heute Schönes machen dürfen. Genau, und zwar, wir wollen eine 500 Gramm Nougatstange herstellen, das ist eines unserer beliebtesten Produkte bei FIBA und dafür habe ich hier ein bisschen was vorbereitet für Sie. Und zwar haben wir ein Brett mit einem Steg drauf, dazu eine Silikonform, damit wir die Nougatstange da auch reingießen können. Das ist jetzt unser Classic Nougat, das ist relativ dunkel in der Farbe. Bevor wir jetzt anfangen, machen wir den Rand wieder zurück. Zudrehen, ganz wichtig, dass es hinten nicht rausläuft. Wir schneiden jetzt ein Loch, ich mache das immer so, dass ich erstmal hier in die Öffnung reingehe und dann wird das Nougat hier reingedrückt. Ah, ich sehe schon, Sie haben mehr Nougat in der Tüte als weiter. Ich habe ein bisschen mehr drin, aber vielleicht wollen Sie ja auch nochmal was naschen, deswegen habe ich mir gedacht, können Sie ja nochmal ein bisschen was extra haben. Sehr gerne. Nougat besteht eigentlich zu ähnlichen Teilen wie aus Schokolade. Milchpulver, Haselnüsse, Kakaobutter, Kakaomasse und natürlich dann noch die Bourbon-Vanille, um das Ganze im Geschmack abzurunden. Ich schalte jetzt hier einmal drunter und dann können Sie einmal loslegen. Also erstmal drehen, jetzt abschneiden. Können Sie auch gerade abschneiden. Jetzt rein, okay. Frau Wartenberg, wie klappt es bei Ihnen? Ganz gut. Ich glaube, das Geheimnis ist immer hinten zu drücken. Also wie man gut sehen kann, ist das bei mir nicht so schön wie bei Juliane. Ja, ich bewundere auch jedes Jahr wieder oder jedes Mal wieder, meine Kolleginnen, mit wie viel Ruhe und Eleganz sie das hier macht. Reicht das oder habe ich zu wenig drin? Ein kleines bisschen können Sie noch reinmachen, es sei denn, Sie haben jetzt Prioritäten und einen großen Hunger. Aufmerksam. Und dann das Rütteln natürlich nicht vergessen. Und dann rollt uns die Rolle vielleicht weg. Okay. Ich finde, dass sie gut aus wurde. Genau. Also das Rütteln, das ist auch in der industriellen Fertigung wichtig, um die Luftblasen aus der Schokolade oder aus dem Nougat rauszukriegen. Okay. Genau. Und jetzt muss das Ganze natürlich in den Kühlschrank, damit das auch fest wird. Dann kann sich jeder ein Brett wegnehmen. Ich gehe wieder auf diese Seite. Und wenn Sie hier, sind ja diese Spalte drin. Die macht man einmal auseinander und so kann man die Nougatstangen ganz einfach rauslösen. Okay. Und dann setzen wir die auf das Brett. Und dann wären Sie schon bereit zum Beschriften. Das ist jetzt unsere weiße Schokolade. Ich mache uns dieses Wärmebad einmal an. Ja, aber die ist ja schon flüssig. Warum müssen Sie das Wärmebad noch anmachen? Das Wärmebad ist jetzt dafür da, damit ich die Temperatur von 28 Grad halten kann. Also, dass das jetzt nicht komplett aushärtet, weil sonst haben wir hier nichts mehr drin, womit man noch verzieren kann. Und zwar, Sie bekommen gleich von mir eine kleine Garniertüte. Die sieht so aus. Die drehen wir auch selber. Ja. Ich mache die Schokolade hier rein. Nicht zu voll. Ganz viele fragen immer, kann ich noch ein bisschen mehr. Wenn das zu voll ist, werden wir das hinten rausdrücken. Deswegen lieber erst ein bisschen weniger nehmen. Dann passt das ganz gut. Und zwar, ich lege die Tüte einmal immer so hin, dass die Spitze von mir weg zeigt. Und jetzt ein paar Mal nach vorne einschlagen. Das ist ein bisschen wie die fast leere Zahnpasta-Tube. Damit man die Masse nach vorne drücken kann, hinten schön zudrehen. Und damit das zu bleibt, kleiner Tipp. Bitte beim Schreiben jetzt nicht wie einen Stift nehmen, sondern diese eingedrehte Lasche auf den Daumen. Und mit den beiden Fingern kann man zuhalten und gleichzeitig drücken. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja, ich muss es jetzt erst mal so zuklappen, wie die Zahnpasta-Tube. Genau. Reicht das so? Das sollte so funktionieren. Genau. Dann ein kleines Loch schneiden. Je kleiner das Loch natürlich jetzt auch ist, umso feiner wird die Linie werden. Das ist gerade bei uns dann auch drüben in der Konfessorie sehr relevant, wenn wir Pralinen beschriften. Also wenn man zu weit oben ansetzt, ist das Loch zu dick und dann wird man keinen Namen mehr auf die Praline schreiben können. Weil der Platz natürlich dann noch ein bisschen weniger ist als hier. So, ich mache den Hashtag davor für alle, die Social-Media-affin sind. Wie war es mit dem Atmen zwischendurch? So. Ist so eine Sache. So, jetzt müssen wir das aber noch tauschen, damit man das nicht umnehmen kann. Sehr gut. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Vielen Dank für die kleine Einführung in die Welt der Konfessorie und diesen Workshop. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Danke an Juliane Heising. Sehr gerne. Und wir gehen jetzt wieder zurück in den Erstfinger. Vielen Dank, Frau Wartenberg. Sehr gerne. Wir gucken jetzt mal, was unsere anderen Gesprächsgäste zu sagen haben. Ich bin zurück im Airstreamer, zurück von der Herstellung eines sehr leckeren Nougatriegels. Und wenn ich den jetzt essen würde, dann würde ich das mit sehr viel Genuss tun. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich im Körper, wenn man genießt? Und um das zu klären, habe ich mir eine Ernährungswissenschaftlerin eingeladen, Frau Professor Anna Kipp, die wir jetzt ganz herzlich begrüßen via Skype. Hallo Frau Professor Kipp, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind Professorin für molekulare Ernährungsphysiologie an der Universität in Jena. Wir wollen heute sprechen über das Thema Genuss. Und bevor wir das machen, wollen wir uns gemeinsam einen Film anschauen von der Initiative Genuss tut gut. Und zwar haben die eine Straßenumfrage gemacht, in der sie mal wissen wollten, wie viele Genussmomente die Menschen haben und was für sie Genuss bedeutet. Wie viele Genussmomente gönne ich mir im Alltag? Auch eine gute Frage. Ich muss sagen, ziemlich viele, weil ich glaube, das zählt auch einfach. Jeden Tag immer so ein bisschen. Es sind nie dieselben. Ich habe mir jetzt den Zettel rausgesucht. Mehrmals täglich? Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man sich solche Momente einfach auch gönnt, weil es ist sowieso schon stressig genug im Alltag und dann muss man auch einfach mal genießen können. Nie wirklich übermäßig viele, aber wenn man am Ende des Tages dann halt sagt, so ja, ich habe so drei, vier Genussmomente den Tag über gehabt, dann ist das ein schöner Tag gewesen. An guten Tagen hat man dann vielleicht ein paar mehr. Pro Tag bestimmt einmal. Einmal am Tag sollte man auf jeden Fall schon irgendwas Leckeres zu essen haben, was man richtig genießen kann. Ob es jetzt essenstechnisch ist oder eben auch einfach so sich Zeit nehmen für die Dinge, die man gerne macht. Der Alltag braucht viele Genussmomente, sonst hält man das nicht aus. Man muss sich ja so ein bisschen den Tag schön machen. Genau, den Alltag. Liebe Frau Kipp, im Film wurde jetzt sehr viel über Genussmomente gesprochen. Das muss ja nicht immer etwas mit Essen zu tun haben, aber in vielen Fällen hat es eben schon was mit Essen zu tun. Das heißt, achtsames Essen und nicht so schnell, schnell nebenbei. Was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir genießen? Ja, also ganz interessant, dass doch die meisten in dieser Umfrage genießend mit Essen verbunden haben. Und das macht auch ein Stück weit völlig Sinn, weil Essen ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Und ja, wenn wir diese Momente schön gestalten, dann gibt es ein ganz großes Potenzial, um wirklich einen schönen, entspannten Moment im Alltag zu genießen. Ja, was passiert beim Genuss? Letztendlich ist es ein super komplexer Prozess, den man schwierig auf einzelne Komponenten runterbrechen kann. Es geht darum, der Situation die volle Aufmerksamkeit zu geben, sich einzulassen auf den sensorischen Reiz. Also wirklich das zu schmecken, wenn wir jetzt beim Essen bleiben oder die Situation wahrzunehmen, so wie sie ist, wie sie sich anfühlt. Ja, und wenn man dem Raum gibt, dann ist das, glaube ich, etwas, was einen wirklich im Alltag sehr bereichern kann. Es gibt ganz viele Facetten, habe ich gerade eben schon gesagt. Ich denke, ein wichtiger Aspekt, auf den wir wahrscheinlich gleich auch noch mal genauer zu sprechen kommen werden, ist, dass Genuss eben auch was damit zu tun hat, dass etwas nicht permanent zur Verfügung steht, sondern eben in einem bestimmten Moment, dem wir dann auch, in diesem Moment geben wir dem dann auch eben Raum. Das heißt, gleichzeitig gehört zum Genuss eben auch ein Stück weit der Verzicht. Also eben, ja, nicht permanent zu essen, sondern dann zu essen im Rahmen einer Mahlzeit, wenn wir dem auch irgendwie Aufmerksamkeit schenken können. Und dann gehört eben auch so etwas wie Vorfreude dazu. Das stärkt dann letztlich eben auch den Genussmoment. Also man könnte sagen, es ist ein bisschen mehr eine Frage der Qualität als der Quantität. Also, ja, diese Balance zu schaffen im Prinzip zwischen dem Genussmoment haben und dem dann auch nicht haben, um sich wieder auf den Nächsten zu freuen. Vorfreude war jetzt gerade so ein bisschen das Stichwort. Wie wichtig ist denn Genießen auch für die psychische Gesundheit? Ja, das ist ganz sicher ein wichtiger Aspekt. Denn Essen, wenn wir jetzt beim Essen mal bleiben, das ist ja das Thema, mit dem ich mich beschäftige, für das ich Expertin bin, ist natürlich nicht nur Nährstoffaufnahme, sondern viel, viel mehr. Und das Genießen ist dabei ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich auch das sozial eingebunden sein, Interaktion mit anderen Menschen. Und ja, damit trägt es auf jeden Fall zur psychischen Gesundheit auch bei. Wenn Sie sagen, Genuss ist auch Verzicht, wenn wir uns jetzt mal das Thema Übergewichtsentwicklung anschauen, also immer mehr übergewichtige Menschen, müssen wir erst wieder lernen zu genießen, also das Essen bewusster wahrzunehmen? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Puzzleteil, was ein Erklärungsansatz dafür ist, warum es so viele Menschen gibt, die übergewichtig sind und die eben in ihrem Alltag, im Essen und dem bewussten Essen nicht mehr genug Raum geben. Essen ist in unserem Alltag ubiquitär verfügbar. Es gibt ganz viele Menschen, die eben unterwegs, im Gehen, in der Straßenbahn essen. Und das zählt sicherlich nicht unbedingt zu den Genussmomenten, weil es einfach zu viele andere Einflüsse gibt, die einen in dem Moment ablenken und eben den Fokus wettlenken von dem eigentlichen Essen und Genießen. Und dann passiert es einfach so nebenbei. Und damit nehmen wir es halt auch weniger intensiv wahr. Und das ist an sich wirklich schade. Also das ist das eine, Situationen schaffen, wo Genuss möglich ist. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite Aspekt ist sicherlich auch das Begrenzen. Und das ist bestimmt was, was wichtig ist, insbesondere auch, dass es Kinder lernen. Und gerade wenn wir jetzt auch von Süßigkeiten sprechen, also von Lebensmitteln, die jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, die aber in der Kategorie Genuss natürlich schon von großer Bedeutung sind, dann ist es eben auch da insbesondere wichtig, das entsprechend zu lernen. Man kann sich nicht ausschließlich von Süßigkeiten ernähren, das ist völlig klar. Aber es darf sie in begrenztem Maße geben. Und wenn es sie gibt, dann ist es eben auch schön, das wirklich mit allen Sinnen auszukosten und zu genießen. Also Schokolade sollten wir nur in Maßen genießen. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Es gibt durchaus ja auch Eltern, die dann sagen, mein Kind bekommt keine Süßigkeiten. Ich weiß aber auch, solche Verbote, die geben ja dann extra nochmal einen Anreiz. Also was machen solche Verbote mit uns, wenn wir wissen, das dürfen wir jetzt nicht? Ist das wirklich sinnvoll? Ja, also ich habe selber eine dreijährige Tochter. Ich weiß, dass das ganz schwierig ist mit den Verboten und bin da auch persönlich kein Freund davon. Aber letztendlich muss das natürlich auch wieder jeder ein Stück weit für sich selber entscheiden in seinem Alltag oder in der Erziehung seines Kindes. Wenn wir jetzt aber über eine gesellschaftliche Thematik reden, also darum, wie kann man der Situation einer erhöhten Zahl an übergewichtigen Menschen begegnen und kann man auf einer übergeordneten Ebene Maßnahmen ergreifen, sage ich jetzt erstmal neutral. Dann sind Verbote sicherlich eine Möglichkeit und ja, aus meiner Sicht aber ungeeignet, wenn es eben die einzigen Maßnahmen sind, die ergriffen werden. Denn grundsätzlich, das ist glaube ich auch bei den meisten Menschen so, bewirken Verbote eben eher oder bewirken uns ein Gefühl von, jetzt haben wir einen Anreiz, diese Regel zu brechen oder sie rufen vielleicht auch ein Gefühl von Bevormundung hervor. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt, was wir erreichen wollen. Also zumindest, wenn es jetzt um gesundheitspolitische Maßnahmen geht, eigentlich ist ja das Ziel, den Menschen was Gutes zu tun. Und in dem Zusammenhang gibt es ein interessantes Konzept, was unter dem Begriff Nudging zu finden ist. Das gibt es auch schon seit relativ langer Zeit. Also die Idee ist eben eher eigentlich zu motivieren, anstatt zu verbieten. Oder ja, dieser Begriff Nudging bedeutet im Prinzip anstupsen, anstoßen, also die Menschen in eine richtige Richtung lenken, ohne dass sie es vielleicht direkt merken. Also im Grunde Entscheidungsfreiheit bestehen zu lassen, nichts wegzunehmen, nichts zu verbieten, aber Anreize zu setzen, sich vielleicht für das Wünschenswertere zu entscheiden. Und das, denke ich, ist ein ganz gutes Konzept, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch stärker umgesetzt werden könnte. Sicherlich natürlich in einem Katalog an Maßnahmen, also mit weiteren Maßnahmen, die dann noch nötig sind. Denn das muss man letztlich halt auch sagen. Wir haben eine Präferenz für Süßgeschmack. Das ist uns ein Stück weit angeboren. Und selbst wenn man sich ganz aktiv dagegen entscheiden will, fällt es im Einzelfall dann vielleicht doch auch schwer. Und das zeigen ja letztendlich auch die Zahlen an übergewichtigen Menschen in Deutschland und auch weltweit. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich esse das jetzt nicht mehr. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir dieses Problem wahrscheinlich nicht. Könnten denn andere Maßnahmen noch sein? Sie hatten ja gesagt, es braucht ein Bündel an Maßnahmen. Ist nicht Befähigen besser als Bevormunden? Also Nudging ist ja auch eine Art von Bevormundung. Ist es nicht besser, wenn man den Kindern von klein auf beibringt, was gut für sie ist und was weniger gut für sie ist? Definitiv. Also das ist auf jeden Fall notwendig. Und ich bin sehr dafür, die Ernährungskompetenz zu stärken und Personen, Kinder natürlich mündig zu machen, diese Entscheidungen selber zu treffen. Letztendlich ist es aber so, dass viele Studien zeigen, dass das als alleinige Maßnahme leider nicht ausreichend ist. Sonst wären auch insgesamt Ernährungsberatungen erfolgreicher. Also wenn es nur darum ginge zu sagen, ich wusste ja gar nicht, was richtiges Essen oder gesundes Essen ist und jetzt weiß ich es und jetzt mache ich es, dann wäre das viel einfacher. Und das Verhalten, das menschliche Verhalten ist eben deutlich komplexer. Und es gibt viele unbewusste Dinge, die uns treiben. Und ja, da gibt es schon eine Notwendigkeit, auch unterstützend noch weiter tätig zu sein. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die sich zum Beispiel mit der Reformulierung von verarbeiteten Lebensmitteln zusammensetzen oder Zuckergehalt gesenkt werden soll beispielsweise. Das ist jetzt für Süßwaren nicht so besonders sinnvoll. Also ich bin auch definitiv kein Freund davon, jetzt zu sagen, wir machen jetzt zuckerfreie Süßwaren. Das wäre aus meiner Sicht auch nicht unbedingt zielführend, weil wenn man dann Süßigkeiten, Süßwaren genießt, dann sollen das auch leckere, hochqualitative, tolle Produkte sein, die nicht irgendwie so umgemodelt sind, dass dann eigentlich der Genussmoment wieder verloren geht. Also das darf zusammenbleiben, aber solange eben dann die Menge stimmt und die reduziert wird, haben wir da eigentlich, denke ich, schon eine ganz gute Möglichkeit, dem auch zu begegnen. Also was ist denn eine Portion Süßware oder Schokolade am Tag? Also Ernährungswissenschaften haben ja manchmal auch ein bisschen das Problem, dass sie nicht greifbar genug sind. Was ist eine optimale Portion? Ja, aus ernährungsphysiologischer Sicht gibt es im Grunde keine optimale Portion. Also sinnvoller ist es natürlich schon, seinen Zucker oder seinen Kohlenhydratzufuhr aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln, also eher Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Die entsprechend eben dann auch noch weitere Inhaltsstoffe haben, wie Vitamine und Spurenelemente, die den Körper unterstützen. Also insofern gibt es hier keine Zufuhrempfehlung, sondern eher eben die Regel zu sagen, versuch nicht mehr als die und die Menge zu essen. Und da bin ich auch kein Freund davon, klare Grenzen zu benennen, weil wie sollen die sein? Also letztendlich hängt es eben dann auch mit der Gesamternährung zusammen. Also das, was maßgeblicher Treiber für Übergewicht ist, ist eine hyperkalorische Ernährung, also insgesamt einfach zu viel Energiezufuhr. Das heißt, wenn jemand sich eh schon überkalorisch ernährt, dann ist es besonders schlecht, dann auch noch zusätzlich Süßigkeiten zu konsumieren. Jemand, der sich insgesamt sehr ausgewogen ernährt und weniger Kalorien zu sich nimmt, der sich vielleicht auch sehr viel bewegt, für den sollte es überhaupt kein Problem darstellen, wenn er am Tag, keine Ahnung, zwei Stücke Schokolade isst oder entsprechend andere Süßwaren. Also insofern ist da eben eine explizite Menge auch wieder missverständlich, weil man es eben im Gesamtkontext dann anschauen muss. Frage zum Abschluss. Was ist denn Ihr persönlicher Genussmoment? Also ich liebe Schokolade. Also ich wäre sehr gerne heute bei Fieber gewesen und hätte mich sehr über Nougat gefreut. Aber ja, ich bin da auch ein Freund kleiner Verpackungen und weiß es sehr zu schätzen, wenn es dann diese kleinen Stückchen gibt, die man in zwei Bissen essen kann. Und dann freue ich mich am nächsten Tag auf den nächsten Fass. Vielen Dank, liebe Frau Professor Kipp und alles Gute für Sie. Danke für das schöne Gespräch. In der Fieber-Nougat-Welt gibt es Bella Bott, den Service-Roboter, der Geschirr abräumt. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen, über das Thema Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen nächsten Gesprächsgast, auch wieder via Skype. Und zwar ist das Jens Schröder. Er ist der Leiter der Automatisierungstechnik am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik, kurz DIL. Hallo Herr Schröder, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bevor wir gleich ins Gespräch gehen, würden wir uns noch kurz einen Clip zur Einstimmung anschauen. Bis zum nächsten Mal. Herr Schröder, wie oft wurde Ihr Kaffee denn schon von einem Service-Roboter zubereitet oder ihn serviert? Hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht den Fall. Aber das wird sicherlich mehr und mehr werden, weil eben auch einfach Service-Personal und Personal in allen Bereichen dort überhaupt fehlt. Kann man denn sagen, wie weit die Digitalisierung oder Robotik in der Lebensmittelproduktion schon vorangeschritten ist? Also es gibt ja zum Beispiel in der Gastronomie auch schon Roboter, die zum Beispiel Gemüse schnibbeln oder in den Töpfen rumrühren. Wie weit ist das tatsächlich schon Gang und Gäbe oder vielleicht noch Zukunftsmusik? Ja, insgesamt ist das halt schwierig zu sagen. Digitalisierung über die gesamte Lebensmittelbranche ist eben sehr, sehr vielfältig. Ob ich jetzt Fleisch verarbeite, Obst, Gemüse, eben einen Kaffee zubereite oder eben auch Käse produziere. Insgesamt würde ich aber sagen, dass die Digitalisierung, wenn ich es über die gesamte Lebensmittelindustrie sehe, eher weniger fortgeschritten ist, als jetzt in anderen Industriezweigen wie Automotive-Bereich oder Konsumgüterproduktion. Kann man denn einen Unterschied machen? Also in der Wertschöpfungskette ist es vielleicht so, dass es in der Gastronomie weiter fortgeschritten ist, als zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der reinen Ernährungsindustrie. Kann man da Unterschiede erkennen? Insgesamt kann man natürlich Unterschiede sehen. Wenn ich jetzt im Agrarbereich sehe, ist es eben noch sehr, sehr schwieriger, sage ich mal, sehr, sehr komplexe Rahmenbedingungen. Ich habe vielleicht auch noch sehr viel Schmutz, Dreck oder Ähnliches. Schwierig ist es auch, wenn ich sage, ich bin in einer Fleischproduktion oder auch Fisch- oder Molkereiproduktion. Ich muss sehr, sehr hygienisch arbeiten. Ich muss die Produkte und Roboter zum Beispiel auch sehr, sehr gut reinigen können. Wenn ich jetzt Industriebereiche habe, wie ich vielleicht im Süßwarenbereich, wo ich eher reiner arbeite, vielleicht die Produkte auch sehr einheitlich sein können, dann habe ich es natürlich auch mit der Robotik einfacher. Und wie ist das denn mit der künstlichen Intelligenz, also mit Computerprogrammen? Inwieweit werden die denn schon eingesetzt? KI ist natürlich ein großes Thema in den letzten Jahren und das ist auch ein Thema, was sehr, sehr viel bringt, auch für die Digitalisierung im Lebensmittelbereich, weil ich eben gerade dadurch neue Werkzeuge habe, die komplexen Rahmenbedingungen, die ich dann eben habe, auch umsetzen zu können. Wenn ich bedenke, in anderen Industriezweigen verarbeite ich vielleicht immer ein und dasselbe Normteil. Das habe ich im Lebensmittelbereich oft nicht. Jede Gurke sieht anders aus, jedes Stück Fleisch sieht anders aus und da muss ich immer individuell darauf reagieren können. Und mit KI und maschinellem Lernen habe ich da eben eine Toolbox, um da vielleicht einheitlichere Varianten, Möglichkeiten zu schaffen, auch solche schwierigen, komplexen Produkte und Prozesse automatisieren zu können. Kommen wir mal zum Dill. Was macht man denn als Seite der Automatisierungstechnologie? Was genau ist da Ihre Aufgabe? Ja, eigentlich genau solche Themen, wie wir eben besprochen haben. Einfach den Automatisierungsgrad in allen Bereichen der Lebensmittelproduktion zu optimieren, zu verbessern. Sprich, wir bekommen aus unterschiedlichsten Branchen Obst- und Gemüseproduktion, Fleischproduktion, Käseproduktion Anfragen. Wir haben hier Prozesse, die sind aktuell manuell ausgeführt. Wir haben aber Angst, dass wir in den nächsten Jahren einfach keine Mitarbeiter bekommen, die diese Aufgaben ausführen können. Habt ihr da nicht eine Lösung, das über Robotik, über Bildverarbeitung, über KI zu lösen? Und dann schauen wir, ob wir da die richtige, passige Lösung finden, um da eben auch eine Automatisierungslösung umzusetzen. Heißt das, die Robotik oder die KI den Fachkräftemangel ersetzt? Vielleicht nicht unbedingt Fachkräftemangel. Es ist eben so, dass ich in der Lebensmittelindustrie ja eben oft Arbeiten habe, die vielleicht nicht so unglaublich komplex sind, aber vielleicht einfach so sind, dass ich da niemanden finde, der das machen möchte. Schwere Lasten tragen, eintönige, monotone Arbeiten ausführen, in Kälte arbeiten, bei Hitze arbeiten, vielleicht auch gefährliche Arbeiten ausführen. Und da kann ich eben diese Arbeiten oder diese Arbeitsplätze, die ich vielleicht in den nächsten Jahren überhaupt gar nicht besetzt bekomme, weil es die Arbeiter gar nicht gibt, die das ausführen wollen, diese Arbeiten, die kann ich mit Automatisierung im Lebensmittelbereich eventuell dann ersetzen und dadurch eben auch die Produktion einfach gewährleisten. Sie arbeiten an einem Projekt, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird. Und da muss ich jetzt kurz um meine Notizen schauen, damit ich den Titel richtig sage. mobile visuelle Qualitätserkennung durch künstliche Intelligenz für die Ernährungsindustrie. Können Sie in einfachen Worten uns erklären, was es damit auf sich hat? Gerne. Also insgesamt denken wir über KI und KI in Verbindung mit Bildverarbeitung, können wir eben Systeme schaffen, die in der Lebensmittelindustrie die Prozesse vereinfachen, optimieren, automatisieren können, um eben da über so eine Art Aufbau etwas zu schaffen, was einheitlich für die gesamte Lebensmittelindustrie gilt. Weil insgesamt ist es so, ob ich jetzt Obst und Gemüse produziere, Fleisch produziere, Käse produziere oder auch Süßwaren produziere. Ich will am Ende des Tages nur sichere, gute Produkte im Supermarkt haben und ich muss am Ende eine Qualitätskontrolle haben. Und durch Mechanismen der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, kann ich ein einheitliches System schaffen, was eben für alle Branchen der Lebensmittelindustrie einsetzbar ist und ich dann nicht immer eine Insellösung neu entwickeln muss, ob ich jetzt Fleisch habe oder eine Kartoffel bewerten möchte, muss ich dann eben nicht alles neu entwickeln und das Rad neu erfinden, sondern kann ein und dieselbe Maschine benutzen, das dann kombinieren mit Robotik und dann zum Beispiel Sortierprozesse automatisiert durchführen. Wie wird das denn im Moment geregelt? Also in meiner Vorstellung ist es so, dass in der Lebensmittelproduktion da durchaus noch reale Menschen am Band stehen, die sich das anschauen und dann eben die Lebensmittel aussortieren, die nicht verarbeitet werden können oder die die Qualitätsproben ziehen. Ist das gar nicht mehr so? Also wird da schon viel mit Maschinen gearbeitet? Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Branchen, wo sehr, sehr viel automatisiert auch ist. Viel läuft eben über automatische Systeme, Kamerasysteme, die dann Ausschleusungen vornehmen. In vielen Bereichen sind aber tatsächlich noch sehr, sehr viele Menschen am Band, die den ganzen Tag eben auf die Produkte schauen, natürlich auch mit jahrelanger Erfahrung dann bewerten können. Da ist ein Makel, das kann jetzt so nicht in den Einzelhandel lang. Das muss aussortiert werden und das dann gegebenenfalls auch händisch vom Band nehmen und aussortieren. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das wollen wir eben vereinheitlichen. Zu sagen, wir schaffen ein System mit unterschiedlichen Kamerasystemen, die dann eben unterschiedliche Mängel auf den Produkten sichtbar machen können, um dann eben für unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Produkte, das dann eben automatisiert durchführen zu können, um natürlich auch einheitliches Qualitätsergebnis zu generieren. Denn es kann natürlich sein, wenn ich da mit Menschen an einem Band stehe, die ein Produkt bewerten, dass jeder Mensch natürlich die Qualität, die Mängel anders bewertet und somit auch andere Produkte ausschleust. Und dadurch ich vielleicht auch einen höheren Nachhaltigkeitsgedanken erzielen kann, dass ich nicht so viel Ausschuss gewährleiste. Wie ist das denn geplant? Also wäre es so, dass die KI, sage ich mal, den ersten Schritt macht und dann steht da aber immer noch ein Mensch zur finalen Qualitätskontrolle dahinter? Oder ist es wirklich so gedacht, dass es vollautomatisch läuft? Genau, es ist insgesamt ein zweistufiges System, was wir uns vorstellen. Das erste System ist, dass wir das zusammen mit dem Menschen machen, auch mit dem Unternehmen, das heißt, wir bringen das System in ein Unternehmen hinein, wir nehmen Bilddaten auf, analysieren und ein Mitarbeiter analysiert, klassifiziert diese Bilder, um dann eben auch das System anzulehren, zu sagen, das ist ein Fehler, das ist ein Produkt, was in Ordnung ist, um dann im nächsten Schritt das Ganze natürlich vollautomatisch umzusetzen. Dass es am Ende komplett autark, ohne Einfluss des Menschen auch dann funktioniert und in Betrieb geht. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, ich war eben in der Konfisserie und habe meine eigene Nougat-Rolle kreiert. Wenn Sie jetzt mal so 20 Jahre weiterdenken, könnte ich das dann immer noch machen oder würden dann da oben die Roboter stehen und kreieren die Nougat-Rolle? Was meinen Sie? Also es wird ein Mix aus allem sein. Es wird viel, viel mehr automatisiert sein, weil ich einfach viel mehr Werkzeuge habe, um die Automatisierung voranzutreiben. Es wird auch viel individuelle Gestaltung sein, aber dann Gestaltung durch den Menschen, Umsetzung vielleicht durch die Maschine. Es werden aber auch immer noch Prozesse dabei sein, die weiterhin, weil sie sehr individuell sind, vom Menschen ausgeführt werden. Lieber Herr Schröder, ganz herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, da werden wir noch viel erwarten können in dem Bereich und viel Spaß noch bei dem Projekt und viele Erkenntnisse wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja, und das war es mit Zukunft schmeckt on Tour in Schmalkalden bei Fieber Suites. Und unser Airstreamer, der wird direkt weiterfahren, nämlich nach Magdeburg zu unserer letzten Station. Und dort geht es dann um das Thema regional nachhaltig gesund, die deutsche Brotkultur. Also auf jeden Fall wieder reinschauen. Tschüss.